Oh mein, unglaublich, hervorragende Nachrichten, Polemik. Ole Werner überraschte alle, die Fans waren verrückt nach dieser Nachricht. Sie werden nicht glauben, was er gesagt hat. Aber bevor ich Ihnen diese Neuigkeiten erzähle, abonnieren Sie den Kanal, damit Sie die Entwicklung dieser Nachrichten nicht verpassen, denn wir werden Ihnen alles darüber erzählen. Cheftrainer Ole Werner, ich bin froh über das Ergebnis. Wir haben viel dafür getan, dass wir uns heute diese Momente erarbeiten, die heute für uns herausgesprungen sind. Die Tabelle ist eng, das wird sie auch bleiben. Wir müssen weiter an unseren Themen arbeiten, was mit einem Sieg im Rücken sicherlich einfacher ist. Trotzdem geht es in Wolfsburg wieder von vorne los. Lasst diesem Video ein Like da, denn es ist sehr wichtig, damit ihr die neuesten Nachrichten von Werder, die wir hier posten, nicht verpasst. Vielen Dank, auch weiterhin. Marvin Duxch, es fühlt sich gut an, weil wir wieder sehr gut verteidigt haben. Wir wollten besser vorne Fußball spielen, nachdem wir in den letzten Wochen einige Chancen liegen gelassen haben. Der Sieg geht heute absolut in Ordnung. Bei meinem Tor habe ich den Raum gesehen. Das Timing von Milos war überragend. Genau das trainieren wir auch im Training und heute ist er reingegangen. Leonardo Bittencourt, das war eine erwachsene Leistung und hat mir gut gefallen. Wir wussten, dass Union eine richtige Männer-Truppe ist und uns alles abverlangen wird. Ich hatte schon unter der Woche das Gefühl, dass wir gut gearbeitet haben und es nur positiv ausgehen kann, wenn wir das auf den Platz bekommen und das ist dann auch passiert. Hallo Werder Bremen-Fans, war Ihrer Meinung nach hauptsächlich Ole Werner für den Sieg verantwortlich oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreiben Sie es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unser Werder. Bleiben Sie dran, ich informiere Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten von Werder Bremen. Werder Bremen-Fans, war Ihrer Meinung nach.